Wir müssen unsere Sendung Jugendstil kurz unterbrechen. Uns hat soeben eine Eilmeldung erreicht. Normalerweise würde an dieser Stelle Pelzes Minute kommen, aber aus aktuellem Anlass muss dieser Beitrag heute ausfallen. Die Geschichte muss umgeschrieben werden. Uns wurde soeben ein Video zugespielt, auf dem Unfassbares zu sehen ist. Wir sind die Ersten, die diese Bilder exklusiv zeigen dürfen. Also halten Sie sich fest. Schöner Käfig, frisches Wasser, keine anderen Vögel, die ihn belästigen und nicht mehr dieses blendende Sonnenlicht. Out! Nun, warum tut er das? Er war so einsam und suchte nur ein Wesen, das ihm endlich etwas Liebe schenkt. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball, abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste ran schießen. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball, 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 Kopfball!